Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Sakura Terra, der Kuss des Todes. Es ist nun eine Weile her, dass ich gespielt habe, deswegen muss ich jetzt noch mal überlegen kurz, was wir gemacht haben. Wir haben, ich gucke noch mal ins Tagebuch, genau, wir haben die Herzen gesammelt und sind fast fertig, also uns fehlen noch zwei Herzen, um den guten Mark zu retten. Und wir haben, ja, im astrologischen Labor haben wir diese Symbole gefunden, die wir uns merken müssen. Gut, soweit erstmal klar. Wir befinden uns jetzt in einer Pyramide, beziehungsweise wo befinden wir uns? Spitze der Pyramide, Basis der Pyramide, ja, Pyramide auf jeden Fall, auf der Spitze. Und müssen jetzt natürlich hier versuchen, der Sand behindert diesen Mechanismus. Genau, den Sand irgendwie wegzumachen. Okay, hat gleich funktioniert, das freut mich. Und was ist das? Siegel. Hm, okay, wir bekommen ein Siegel. Und was war hier? Ich komme immer noch nicht an die Axt heran. Stein. Nein, gut. Ähm, Siegel, 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 was haben wir hier? Um an den Kelch zu kommen, brauche ich etwas langes und dünnes. Ah, ja, genau, das war ja die Sache. Hm. Na gut, dann sage ich mal, geh mal kurz wieder runter und hier. Hier können wir jetzt das Siegel einsetzen. Zack. Ach, du Heilige. Drücke die Knöpfe in der richtigen Reihenfolge. Du hast die richtige Reihenfolge bereits anderswo gesehen. Ja, soviel zum Thema Astrologisches Labor Reihenfolge. Ähm, Kreis, Y, ähm, Kreis, Y, das. Was ist das, das, das? So, ich probiere es mal. Kreis, Y, das. Nein, okay. Okay, also zack, zack, zack. Zack, zack. So, wunderbar. Ja gut, ein Fehler macht nichts, kann passieren. Wir bekommen einen Topf mit Öl. Aber besser, als wenn ich jetzt noch hundertmal nachgucken würde, passt das doch schon. Topf mit Öl, kann ich vielleicht? Kann ich hier nicht gebrauchen. Kann ich hier nicht gebrauchen. Okay, das haben wir ja bereits gemacht. Da haben wir ja diesen heißer Stein, haben wir ja da rausgeholt. Ähm, 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 ähm. Na gut, gehen wir mal wieder zurück zur Pyramide. Hier fehlt uns noch etwas. Hier fehlt uns noch so eine Art Spiegel. Irgendwas fehlt, ja. Können wir mit dem Topf... Jawohl, nee, der Topf ist ja voller Öl. Das war ja ein bisschen blöd, wenn wir den umdrehen würden und das alles rausläuft. Kann ich hier? Ah. Sehr schön, sehr... Schön. Eine Schaufel. Kann ich mit der Schaufel jetzt da hoch? Nein. Oder vielleicht damit? Nein. Okay, wir betreten, oder? Können wir hier rein? Nö, schade. Was für eine seltsame Mixtur kultureller Stile. Ich sehe ägyptische Sachen und einige Sachen, die indianische Ursprung zu scheinen. Zu... Sein scheinen. Ah. Erste Aufnahme wieder und schon wieder Sprachfehler. Hier können wir nichts machen. Den Topf mit Öl haben wir jetzt dort reingekippt. Das war sehr gut. Das hat uns jetzt nicht viel gebracht, außer eben eine Schau... Ah, hier. Okay, das sieht doch sehr gut aus. Wir bekommen einen Spiegel. Hey, ho. Oh. So. Einfach mal hier ran. Zack. Und jetzt müssen wir den ausrichten, oder passt das schon? Äh. Natürlich. Wir müssen die Pyramide beleuchten. Mit einem Spiegel. Oh. Ein ägyptischer Geist. Mal sehen, was er von uns möchte. Du bist alive? Wie kamst du, in diesem Dwellenplatz von Sorrow zu sein? Ich bin Akeel Zuberi. Ich bin der High Priest des Tempel des Thoth. Ein Tag, ich versuchte, um die Gäste zu retten, und zu retten, meine Liebe zu retten. What a fool I was, zu think I could turn back time. Instead of raising my beautiful Bannafrith from the dead, I revived a soulless mummy. Dann, die Gott mich in diese Wälderwälde in dieser Wälderwälde und gaben meine Säule zurück zu Lilith. Das Dämon schützt auf meine Schmerz und Schmerz. Aber du, du bist alive! Du kannst mir helfen! Es gibt eine Beweise auf der Plattform, wie man Arrange die Ädol-Wälder-Wälder-Wälder-Wälder-Wälder-Wälder-Wälder-Wälder-Wälder-Wälder-Wälder-Wälder-Wälder-Wälder-Wälder-Wälder-Wälder-Wälder-Wälder-Wälder. Okay. Ja, wir leben noch. Das ist wunderbar. Ähm, Akil. Unglaublich! Das war einst der hohe Priester von Thut. Er wollte seine Frau wieder auferstehen lassen, aber stattdessen wurde er hier eingekerkert. Und das für alle Ewigkeit. Er bat mich, ihm zu helfen. Ich werde es versuchen, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Tja, was wir machen sollen. Er hat uns ja bereits gesagt, dass hier irgendwo, äh, ich weiß jetzt nicht mehr wo genau, ich glaube hier, eine Anordnung bo... Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Das sieht doch schon wieder sehr, sehr... ...sehr erfreulich aus. Naja. Was haben wir hier? Einen Haken. Ja, die Sarah hat immer einen Haken. So, das sind Figuren. Hier ist einer, der sagt, Skarabäen fehlt. Hm, wer mag, wer weiß, wo der hin ist. Noch mehr indianische Kunst. Wer hat sie in diese ägyptische Pyramide gebracht? Tja, das weiß nur einer. Ich brauche ein Symbol, das in diese Vertiefung passt. Hm, ne. Haben wir nix. Ja, nix haben wir. Wir können allerdings mit dem Haken... ...erst mal hier drin rumfuscheln. Einen Kelch. Aha. Natürlich, wir nehmen uns den Kelch und in dem Moment kracht die Pyramide, äh Quatsch, kracht die Statue zusammen und wir haben ein Wimmelpild. Wunderbar. So, Löffel, Band, Schriftrolle, Fuß, Fesseln, Skarabeos, Ananas, Fackel, Kompass. Ja, Skarabeos klingt schon sehr gut. Dat ist das Band. Ähm, Löffel, Goldner Löffel, nehme ich mal an. Das ist die Fackel. Ja, hier. Schöne Schlange, schöne Schlange. Ein angeknabberter Apfel, na lecker. Was haben wir hier? Hier haben wir, was auch immer in diesem Rahmen war, fehlt jetzt. Okay. Ein Zahn. Ein Skarabeos. Was? Achso, der Skarabeos war da drin. Wow. Nice. Nice, nice. Löffel, Flöte, Flöte, Flöte? Äh, wo ist meine Flöte? Meine Flöte. Kompass, Ananas. Das ist ne Kokosnuss. Ähm. Ist das? Ist nix. Das ist eher nichts. Das ist oh nix. Das ist was? Hä? Ist das ne Fußfessel? Ah, okay. Jetzt haben wir sie komplett. Sehr schön. So, dat ist ein Talisman. Ein heiliger Talisman. Eine Walnuss. Oh, ein Schwert. Oh, ein Schwert. Nice, nice. So, ein Herz. Ja, so weit haben wir jetzt alles, was man zusammenbasteln musste, gefunden. Diamant. War der hier mit drinne? Nein. Da oben ist er. Ähm. Das ist der Kompass. Das ist die Flöte. Töte. Schriftrolle. Schlüssel. Äh, Schüssel. Ah, Gott. Schüssel. Nicht Schlüssel. Schüssel. Nee, nee, nee. Eine Ananas. Ja, das geht auch noch. Das geht immer gut. Die Schüssel ist hier. Löffel und Schriftrolle. Schriftrolle. Sehr schön. Und jetzt noch der Löffel. Komm, gib mir den Löffel. Ich guck noch mal ganz kurz hier. So, nee. So, hier ist kein Löffel. Da ist auch kein Löffel. Das könnte ein verbogener Löffel sein. Hm. Würde ich jetzt meinen. Aber nein. Wo ist der Löffel? Wo ist der Löffel? Das ist kein Löffel. Also der Löffel ist auf jeden Fall wieder das Objekt, wo wir jetzt wieder sehr lange suchen müssen. Wo ich das jetzt gerade hier mitbekomme. Schade. Naja. Es muss ja immer irgendein Gegenstand sein, wo man sehr lange braucht zum Suchen. Was haben wir hier? Hier haben wir ja nichts. Hier haben wir auch nichts. Da auch nicht. Da auch nicht. Hm. Okay, okay. Das wird jetzt etwas. Ach, da ist er doch. Mein Gott, ey. Nee, nee, nee. Der Löffel ist echt. Vorsprung. So, wir bekommen eine Fackel. Wieso bekommen wir eine Fackel? Ich dachte, wir kriegen jetzt hier den Skarabeus. Naja, es ist immer zu schön, um wahr zu sein. Kann ich denn hier? Nö. Aber vielleicht hier? Kann ich hier? Kann ich hier? Auch nicht. Hm. Das ist dieses sehr interessante Rätsel, worauf ich mich schon freuen werde. Hier haben wir noch ein Expertenobjekt. Na, ich wollte doch gar nicht hier hin. Dieser große Kristall fängt das Licht der Sonne auf und verteilt es in diese, dieser Kammer. Hm, das ist wunderbar. Und es würde mir ja blind sein. Ich wünschte, der Spiegel wäre nicht zerbrochen. Ich muss das Sonnenlicht irgendwie zur Pyram- Achso, das war das gewesen. Was wir ja bereits gelöst haben. Hier haben wir auch nichts mehr. Hier auch nicht mehr. Hier haben wir noch das Feuer. Ach, hier. Natürlich. Ich habe schon überlegt, warum haben wir denn noch diesen Bereich? Was? Anhänger? Hä? Das ist mir jetzt neu gewesen, der Bereich. Den hatte ich, glaube ich, noch nicht angeklickt. Sonst hätte ich ja bereits den Anhänger gehabt. Aber was mag der Anhänger zu bedeuten haben? Okay, kann ich hier nicht gebrauchen. Hier vielleicht. Auch nicht. Hm. Schwierig, schwierig. So, das können wir noch nicht machen. Das wird dann eh wieder eine Prozedur werden. Vom Feinsten. Genau, wir zünden das Holz an, damit wir dort ja nicht mehr hochkommen. Was ist das denn überhaupt? Ein Stein. Hm. Mit dem Stein. Ja, ich kann es probieren. Ich probiere einfach nochmal aus, den Stein hier irgendwo reinzusetzen. Sinn. Du, 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 du. Funktioniert nicht. Hier vielleicht. Du, 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 du. Nein, funktioniert auch nicht. Okay. Sieht zwar nicht annähernd aus wie dieser Mechanismus da, aber was soll's. Man kann es ja probieren. Die Palmen wehen im Wind. Das ist auch alles soweit in Ordnung. Wir haben einen Anhänger. Ich gehe jetzt nochmal ganz zurück und gucke nochmal hier irgendwo, ob wir hier noch irgendwas Interessantes sehen können. Ach ja, wir haben immer noch die Fledermaus. Kusch. Was? Nein? Was? Wieso? Ach man. Hier. Kusch, kusch. Hier. Oder vielleicht. He, he, he. Nein, doch nicht. Schade. Na ja, Fledermaus im Brand setzt und so. Ist doch nicht so, dass wahre äh, huch da lang. Ansonsten muss ich nochmal auf die Karte gucken, wo wir wieder ein paar Orte haben, wo wir nicht weiterkommen. Da brauchen wir einen Schlüssel. Da brauchen wir ja wie immer einen Schlüssel. Äh, antike Schriftrollen, staubige Bücher, Zutaten für schwarze Magie. Ich werde alle diese Dinge nicht anrühren. Nein, das ist richtig so. So macht man das auch. Finger weg von schwarzer Magie. Das ist niemals gut. Naja gut, ich gucke nochmal auf die Karte. Ähm, Augenblick bitte. Willkommen zurück. Ja, kurz mal was gemacht. Und nun bin ich wieder am Start. Ähm, ja, was wollten wir? Was wollten wir? Wir wollten herausfinden, wo wir den Anhänger platzieren müssen. Ähm, leider weiß ich es jetzt immer noch nicht. Wir haben eine Fackel, wir haben ein Kelch, wir haben einen Stein. Ich lese nochmal kurz im Buch nach. Das ist unser Freund Agil. Genau, das war die Beziehung, die wir gerettet haben. Ich habe es geschafft. Freut uns. Und nun müssen wir, ja, genau, ich wollte auf die Karte gucken. Kellertreppe. Was steht da drauf? Ort mit Aktionen. Okay, also wir haben hier irgendwie was. Ach, ach hier, guck mal an. Da, zack. Wunderbar. Ähm, drücke die Mauer, Steine in der richtigen Reihenfolge. Ähm, ja, das ist super. Das Problem ist nur an der Sache, ich kenne die Reihenfolge ja gar nicht. Huch. Ach, schade. Ne. Okay, das funktioniert. Okay, gut. Ähm, kann ich hier nochmal raus irgendwie? Ne, schade. Oder ich gehe nochmal auf die Karte und, ne, wobei, wir machen das jetzt einfach, wir probieren es jetzt einfach aus. Ich weiß natürlich jetzt nicht auch, äh, aus welchem Schema ich da hier gehen muss. Deswegen drücke ich hier wahllos jetzt einfach mal rum. Ach, schade. Zack, zack, zack. Zack. Ne. Okay. Wow. Okay, wir haben es geschafft und bekommen eine Laterne. Die alte Laterne. Ich habe an der Wand der Treppe, die zum Keller führt, eine alte Laterne gefunden. Ich habe auch eine Nachricht in einem geheimen Versteck gefunden. Sie besagte, die Lichtquelle der Sterne wird das Böse aus der Dunkelheit vertreiben. Dies ist keine gewöhnliche Laterne. Höhlenforscher benutzen sie im Fledermau, äh, benutzen sie, um Fledermäuse zu vertreiben. Echte Vampire, die Blut saugten. Okay. Ja, das ist doch, äh, schön. Da können wir doch jetzt mit der Fledermaus, beziehungsweise können wir jetzt die Fledermaus zur Seite schieben. Hier, geh weg, kusch. Ah, uh, fliegt weg. Fliegt weg. Und wir kommen zum Verschlossen. Dieser Höllenhund sieht finster aus. Wie werde ich diese Ketten los? Verbrenn ihn. Nimm den Kelch. Steck ihm was in den Mund. Hier, ein Ring. Nein. Okay, wir haben die Fledermaus vertrieben, kommen allerdings jetzt noch nicht weiter. Also hat uns sehr viel gebracht. Ja. Ich guck nochmal auf die Karte kurz. Was? Im Treppenhauskeller gibt's immer noch eine Aktion. Ach, hier eine Notiz. Alte Laterne, die Lichtquelle der Sterne. Wird das Böse aus der Dunkelheit vertreiben? Dies ist keine gewöhnliche. Ja, ja, das wissen wir bereits. haben wir hier noch Oh Gott, haben wir hier noch irgend was versteckt, weil die Karte zeigt mir an, dass wir fertig sind. Okay, wir brauchten eigentlich bloß noch das Lesen und schon haben wir es geschafft. Ja, gut, da gehen wir mal weiter. Oh Mann. So, ähm, ja, hier müssen wir was machen, wissen wir ja genau. Aber wir wissen noch nicht, wie wir das Amulett einsetzen dürfen, müssen. Ich würde ja den Kelch da hochbauen. Figuren sind hier, rein folgenmäßig. Amir hat Vielen Dank.